Hey Schoschleute, hier wieder euer Mr. Schoschmann mit einem Video, was wahrscheinlich schon etwas mehr überfällig ist als sonst irgendwas, was überfällig ist. Ihr wisst ganz genau, es geht um unseren Lieblings-Batman-Bösewicht, die Glocke auf YouTube. Nämlich, das liegt mir jetzt schon seit Ewigkeiten auf der Niere, dass dieses Ding immer noch eine Existenzberechtigung hat, auf dieser Seite zu existieren. Während andere Features schlicht und ergreifend absolut aussterben, wo eigentlich noch einen Sinn haben, während absoluter Trash weiter bestehen darf. Sorry, aber das muss jetzt mal langsam gesagt werden. Ich habe das schon häufiger mal in Specials und so angesprochen, aber ich möchte jetzt mal, genau was das Feature angeht, mal ein bisschen ins Detail gehen. Gerade, weil mir das langsam echt auf den Sack geht und ich weiß, es kommen wieder viele mit dem Argument, ah, du kommst ja von damals. Ja, immer diese Leute, die sagen, ah, damals war alles besser. Spoiler, nicht alles war damals besser, aber genau der Punkt, den wir heute ansprechen wollen, war damals besser. Ich sag das ja wirklich nur ungern. Gerade, wenn man wirklich aus einer Zeit kommt, wo du nur 10 Minuten Maximum hochladen durftest, weil sonst dein Video gesperrt wurde. Es ist also quasi wie die Apocalypse, nur mit Videodauer. Basically, ich weiß ganz genau, dass YouTube das Ganze besser kann, als dass wir es jetzt gerade haben. Und, ne, wenn man das so weiß, dann ist es irgendwo peinlich, sowas mit anzusehen. Besonders, ich entführe euch mal kurz, I gonna take you back to the past. Das habe ich jetzt gemerkt, als wir das letzte Mal, als wir vor ein paar Wochen den Back to the Past Stream gemacht haben, wo wir uns schlicht und ergreifend alte, wie die ganz alten Videos von mir angeguckt haben, wo ich quasi der Audio-Kommentator war diesbezüglich. Und, dann haben wir halt gemerkt, Mann, das alte Kanal-Layout, meine Güte, konntest du dich da personifizieren. Meine Güte war das, war alles auf einen Schlag. Und meine Güte, meine Güte ist das heutzutage langweilig. Aber, der Punkt, auf den ich jetzt überwiegend zu sprechen kommen möchte, ist, wie damals das, in Anführungszeichen, Dashboard funktioniert hat. Nämlich, wenn ihr heute auf euer Profil klickt, auf euer Icon oben rechts klickt, kriegt ihr nur die Option wirklich für Einstellungen und euer Dashboard. Und dieses Dashboard ist genauso unnötig eigentlich für mich wie die Glocke. Es zeigt mir Analytics, aber das könnte man auch anders regeln. Nämlich, damals war das so, du hast auf dein Icon geklickt und du kriegst auf einmal, du kriegst ein Tap-Down-Feld. Wirklich so eine Tap-Down-Liste, wo alles direkt zu finden ist. Es ist quasi genau die Tap-Down-Liste, die wir jetzt aktuell haben, wo wir die Abos, Trends und sämtlichen anderen Müll finden. Nur halt nicht mehr so praktisch wie damals. Damals hast du auf dein Icon geklickt und du hattest deine Videos, du hattest deine Abos, deinen Posteingang. Alles war da, alles war auf einen Klick zugänglich und es war schön. Es hat funktioniert und es war simpel. Wenn du heutzutage Kommentare kriegst und zu den anderen Features dieser Glocke kommen wir noch, also ne, wir haben ja Zeit heute. Wenn du als Content-Creator unterwegs bist, aber selber Videos gucken willst von gewissen YouTubern, von deinen persönlichen Favorites, wo ja auch ich welche von habe. Dann bist du ziemlich gefuckt, was das angeht, weil dann deine Glocke ziemlich häufig ballert und meistens dabei nur Blödsinn rumkommt. Ich meine, ich bin noch jemand, der ist klein dabei. Bei mir ist es nicht so häufig, aber ich möchte mir das nicht vorstellen, wenn du jemand bist, der tatsächlich ein bisschen mehr auf seinem Kanal abgehen hat, wo ein bisschen mehr diese Glocke klingelt. Und dein Abo-Feed, also das, wo du eigentlich Leute für abonnierst, schlicht und ergreifend in Kommentaren und allem möglichen Kram untergeht. Deswegen, das Problem ist schlicht und ergreifend, diese Glocke, sie geht mir auf den Sack und das auf so vielen Punkten. Und das ist so eine Sache. Wenn du draufklickst, dann siehst du Kommentare und die Videos, die du eigentlich abonniert hast. Und das ist das Problem, dass das nicht getrennt ist. Dass YouTube sich denkt, vor mehreren Monaten war das jetzt schon, dass Nachrichten bei YouTube Headquarters eingegangen sind, wo hieß, ja Mensch, Alter, ich kriege Videos nicht mehr in meinem Feed. Ich kriege, die Leute, die ich abonniert habe, werden mir nicht mehr angezeigt. Und YouTube war da ganz kackendreist und hat gesagt, ja, also wir sehen da kein Problem. Also, anstatt zu sagen, ja, wisst ihr was, wir sehen da kein Problem, aber wir werden trotzdem weiter schauen. Nee, dann hieß es, ja, wir sehen da kein Problem, also musst du es irgendwann... Hier, äh, aktiviert mal die Glocke, wird ja schon, äh, wird schon funktionieren. Und ich hasse das. Ich hab das bei nicht vielen gemacht, weil ich wirklich keinen Bock hab, dass das Ding andauernd bei mir bimmelt. Und vor allem sein, sein Senf dazu, ich will das wirklich nicht die ganze Zeit haben. Vor allem, wenn du nebenbei noch Kommentare erwartest. Wenn du quasi denkst, oh, geil, ein Kommentar, dann denkst du dir, ah, nee, es ist nur ein Video, oder... Oh, nee, es ist nur ein Kommentar, wieder so ein Typ, der irgendwas, äh, der Erster schreibt. Yay. Und ich mein, das ist ja nicht mal das Schlimme, sowas, äh, schalte ich mittlerweile sowieso aus. Aber, was mich viel mehr auch stört, ist, dass, wenn du diesen Kommentar dann bekommst, über diese Glocke, dass du ihn nicht mal komplett lesen kannst. Meine Güte, wie lange haben wir dieses Scheißding jetzt schon? Vier, drei, vier, fünf Jahre? Mindestens? Also, wir haben es auf jeden Fall schon ziemlich lange, so viel weiß ich noch. Vier Jahre? Drei, vier Jahre auf jeden Fall, würde ich schätzen. Ich hab jetzt keine Ahnung, ich hab nie nachgeguckt, um ehrlich zu sein. Und in der ganzen Zeit haben wir es nicht hingekriegt, dass mal Kommentare komplett angezeigt werden. Wirklich. Man muss echt erst auf sein Dashboard und dann auf Community und dann den Kommentar suchen. Oder du klickst drauf, wirst auf dein Video verlinkt und dann schmeißt es dich irgendwo in die Kommentarbox. Super. This is where life has come to. Ja, aber wie gesagt, das ist so halt dieser Punkt, wo mich aktuell an diesem Ding am meisten stört. Ich weiß ganz genau, es geht besser. Und wenn YouTube immer so mit diesem Argument kommt, so wie letztens, wo sie das PN-Feature entfernt haben, wo Leute ja nicht genutzt haben, ja, kein Wunder, wenn ihr das Feature wirklich ans Ende eurer Seite verbannt, kein Wunder, dass es keiner benutzt. Guess what? Dann ist das so, weil niemand weiß, wo es ist. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich es gehabt habe, dass in der Zeit, wo es hieß, ja, wie kann man dich denn mal persönlich herein, möchte dir hier irgendwie was mitteilen, was nicht öffentlich sein soll. Ist ja auch vollkommen verständlich, ne? Ist ja auch vollkommen verständlich, dass es da irgendwas gibt, was man nicht unbedingt öffentlich teilen möchte. Selbst in unserer heutigen Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, am besten schmeißt mir eine PN zu auf YouTube. Und dann hieß es nur, was ist eine PN? Und dann habe ich gesagt, ja, du gehst auf deinen, äh, du gehst auf meinen Kanal, dann gehst du auf Kanal-Info, einen Tab, den sowieso schon mittlerweile kaum noch jemand nutzt, äh, persönlich, oder... Ich weiß nicht, bin das nur ich? Bin das nur ich, der diesen Tab so überhaupt nicht nutzt, den es überhaupt nicht interessiert, was da steht? Und da hast du dann die Möglichkeit gefunden, Nachricht senden. Über so einen kleinen Pfeil. Da gab es dann die Möglichkeit, Nachricht senden. Und da konntest du dir jemandem eine PN schicken. Das Witzige ist, PNs wurden in all den Jahren nicht einmal über die Glocke mitgeteilt. Sprich, du musstest über dein Dashboard, unter Community, unter Nachrichten gucken, ob du überhaupt eine Nachricht bekommen hast. Sprich, untergreifend, es wurde dir nicht mal gesagt, dass dir irgendwer was geschickt hat. Was mir nur zeigt, ja gut, das Feature wurde nicht genutzt. Guess what, warum nicht? Weil ihr es nicht geschissen gekriegt habt, es vernünftig zum Laufen zu bringen. Währenddessen habe ich vor mehreren Monaten, ne, warte, vor einem Monat oder so, habe ich ein Voting auf Twitter gestartet, von wegen, wie viele von euch ehrlich in die Trends gucken. Und die YouTube-Trends, ich gucke da bei Gelegenheit nur mal alle paar Wochen rein, nur um mich gelegentlich zu übergeben. Wirklich, also, wieso dieser Tab noch existiert, ist beyond me. Und vor allem das Schönste immer noch ist, die Tatsache, dass, ich meine, bei mir haben irgendwie an die 150 Leute an dieser Umfrage teilgenommen, aber irgendwie nur 5% gucken tatsächlich in die Trends. Und YouTube will mir sagen, dass dieses Feature dann genutzt wird dann. Es gibt so viele wirklich, die in die Trends gucken. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, falls ihr die Legende seid, die in die Trends guckt und sich denkt, boah, that's some awesome shit. Ich wollte schon immer mal ein Video sehen, wo einfach nur Titten im Thumbnail sind, wo überhaupt nichts im Video davon vorkommt, weil das Video sonst von YouTube gebannt werden würde. Aber ich drifte ein bisschen mehr von der Glocke ab, ihr merkt schon. Das Ganze, es ist einfach, YouTube müsste mal echt wieder lernen, dass sie damals ein verdammt gutes System dafür hatten und schlecht und ergreifend das so easy wieder haben können. Aber man muss ja die Glocke haben, weil, ne, sonst wirst du am Ende gar nicht mehr informiert, wenn überhaupt irgendwer was hochlädt. Mich würde es auch nicht mehr schockieren, wenn YouTube irgendwann sagt, wisst ihr was, wir löschen einfach all eure Abos. Also wirklich, jeden, den ihr abonniert habt, wird gelöscht und ihr behaltet nur das, wo ihr die Glocke aktiviert habt. Das ist wieder auch so ein Zwei-Schritte-System, wo absolut unnötig ist. Ich meine, das Abonnieren hat eine Fähigkeit. Du möchtest wissen, wann diese Person etwas hochlädt. Ich abonniere Leute, weil ich wissen will, wann diese Person wieder etwas hochlädt. Ich möchte nicht noch diese behinderte Glocke aktivieren müssen, damit so ein kleiner Bimbo mir ständig sagt, wenn der jemand was hochgeladen hat. Ich gucke schon in meine Abo-Box, wenn ich wissen will und Zeit habe, wann ich was gucken möchte. Und das ist so dieser Punkt einfach. Es sagt ja, hier, guck mal, da ist was. Mitten in der Nacht. I'm trying to sleep, you shithead. Das ist auch so eine Sache. Ich finde diese Glocke, alles an diesem Ding regt mich einfach nur auf. Deswegen, sorry, wenn ich hier ein bisschen durcheinander komme, aber meine Güte, das Ding regt mich auf. Dieses Feature einfach. Wenn man weiß, es könnte um so vieles besser sein, aber man entscheidet sich seit Jahren einfach für diese dreckige Glocke, die einfach ihren fucking Job nicht machen kann. Zumal sie meistens auch noch zu spät kommt, davon mal abgesehen. Also ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, aber mir wird in der Regel erst Minuten oder gar Stunden später angezeigt, wenn jemand was... Wenn überhaupt, also manchmal wird es mir gar nicht angezeigt über dieses Ding und ich muss es sowieso manuell nachgucken. Ich hab mich da mittlerweile dran gewöhnt, mir alles manuell angucken zu müssen, aber trotzdem, meine Fresse. Das Ding ist seit vier oder fünf Jahren drin und es läuft immer noch nicht vernünftig. Das ist ein Feature, wonach keiner gefragt hat, wo keiner haben will. Und trotzdem denkst du, YouTube, Mann, wir behalten die Scheiße am besten mal, weil es so essentiell ist, weil es damals mit fucking Google Plus ein weiterer Fehler von YouTube dazu gekommen ist. Ich meine, wer sagt sich schon, schreib mich mal auf Google Plus an. Oder ich hab auch MySpace. Meine Güte. Es will mir nicht in den Kopf und ich weiß, ich bin nicht der Erste, der ein Video jetzt darüber macht, weil es gibt schon mehr als genügend Leute, die sich immer öffentlich über YouTubes Designentscheidungen aufregen und ich bin jetzt nicht der Erste und wahrscheinlich auch nicht der Professionellste, was das angeht. Von daher, es ist ein Feature, was gerne sterben darf und Platz machen darf für was Vernünftiges. Aktuell arbeitet YouTube ja offenbar an Dashboard 2.0. Wahrscheinlich jetzt mit ganzen Nüssen. Ich hab keine Ahnung, was sie da... Ich hab da einmal reingeguckt und mir ist ein bisschen schlecht geworden. Also bin ich wieder zurückgegangen und hab gesagt, gut, ja. Irgendwann wird mir YouTube das Ganze sowieso aufzwingen. Ich werde es irgendwann überleben. Das ist das Schlimmste, wenn du schon über neun Jahre dabei bist. Du hast wirklich den ersten Kanaldesign, das erste Kanaldesign gesehen und hast einfach gemerkt, wie es sich immer weiter zurückentwickelt, wie es immer weiter versucht, falsch zu sein, immer wieder versucht, was einzufügen, was nicht funktioniert, um es dann wieder zu ignorieren. Und ich weiß auch nicht, irgendwann... Man hat immer zu jedem Kanaldesign gesagt, oh, das ist das Schlimmste. Dann kam das Nächste, oh, das ist das Schlimmste. Und irgendwo hat man sich dann trotzdem dran gewöhnt. Vielleicht ist es bei mir auch einfach mittlerweile das der Fall, dass ich mich an so ne Scheiße viel zu schnell gewöhne. Ist genauso wie mit der Twitch-Prime-Sache aktuell, dass man jetzt auf einmal, wenn man Twitch-Prime hat, irgendwie trotzdem Werbung gucken muss und die ganze Welt brennt. Und ich denke mir so, well, es ist ein weiterer Tritt für jeden Content-Creator. Also, ja, Mensch, es ist ja nicht das erste Mal, dass die Content-Creators im Grunde wie ein Einzelhandel arbeiten. Letzten Endes ist YouTube und Twitch unser Boss. Und letzten Endes sind die Content-Creator die... Ne, die Mitarbeiter, so der übliche Kassierer. Schlicht und ergreifend, wenn der Boss irgendwas entscheidet, was scheiße ist, hat der Mitarbeiter das auszuarbeiten, weil die Kunden denn unzufrieden sind, ist es irgendwie immer wieder das Gleiche und es geht einem irgendwo nur noch auf den Piss. Fakt ist, diese Glocke ist scheiße. YouTube löscht dieses Ding endet und ersetzt es durch etwas, was wir schon mal hatten. Einfach ein simples Tap-Down-Feld, wo ihr in die ganzen Community-Dinger kommt. Schlicht und ergreifend, ignoriert das Dashboard. Wenn ihr einfach auf euer Icon drückt, dann müsst ihr einfach kommen, wirklich meine Videos, meine Abos, meine schießen mich tot. Aber das würde ja wieder personifizieren und schlicht und ergreifend praktisch sein. Ich weiß auch nicht. Vielleicht reche ich mich über dieses Ding auch zu sehr auf. Sagt mir mal eure Meinung, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dieser Drecksglocke? Ich weiß, viele von euch nutzen die gar nicht effektiv. Aber wenn du halt Content-Creator bist und zwischendrin noch Kommentare darüber bekommst und dein Abo-Feed und noch alles mögliche andere, wo YouTube dir unbedingt sagen muss, wie toll du doch bist, dann geht einem das irgendwann auf den Sack. Er ist irgendwann auf den Sack, wie unnötig kompliziert das alles ist heute. Von daher, ich hoffe, YouTube macht dann mal irgendwann eine Entscheidung, wo sich tatsächlich mal vom Design her ein bisschen mehr an das orientiert, was tatsächlich Sinn macht. Ich bin euer Schoschmann und Stand Proud. Bis zum nächsten Mal. Bis ja, Leute. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.